Zombies klatschen. Du weißt auch, dass jetzt die Edelsteine von der Decke hängen, gell? Welche Edelsteine von der Decke? Die? Wo? Also du siehst jetzt hier keinen, aber die sind jetzt nicht mal in so Ohrs drin, in so Steinen, sondern die hängen auch manchmal von der Decke, einfach so ein grünes Ding oder so. Achso, nö, das hab ich noch nicht mitbekommen, nö. Ja, manchmal sind es auch blaue, gibt es halt alle. Hm. Weg. Was denn, Drag? Ich will ein bisschen Tanks auch herholen. Sorry fürs Zubauen. Macht nix. Geht ja nicht anders, ich kann dir nicht einfach die Luft platzieren. Ja. Da spielt eine Dota 2. Boah. Du bist Luschi wieder hingefallen. Nicht schon wieder sterben. Ja, aber ich bin jetzt in so nem... Musik hier unten gefällt mir irgendwie überhaupt gar nicht. Alter, das klingt, als wäre einer auf dem Horrortrip mit LSD. Das ist schon mal ne sehr merkwürdige Beschreibung. Ja, aber so klingt das hier gerade, die Musik-Mucke. Jetzt irgendwie gerade, als wäre einer auf der Achterbahn im LSD-Trip. Ja, ist klar. Das ist natürlich ehm... Sand. Das ist... Ja. Du solltest meistens auf irgendwie Gegner hin. Ja, das sind genug Gegner. Mehr Eisen. Hey, die Musik hier unten ist echt creepy. Ich komm dann gleich mal. Mach mir leicht dezent Angst. Ich hab hier oben so viel Eisen und Hangstenohr. Ich hör dich schon wieder Schaden nehmen. Ja, aber ich bin unter Wasser unsicher von nem Schleim. Aber die sind jetzt beide gleich... tot. Am Arsch! Am Arsch, Junge! Am Arsch! Geh weg! Da ist ein großer grauer Schleim, deswegen. Los weg, Junge. Der große ist gar nicht so schlimm, den triffst du wenigstens schön. Die Kleinen, die da rauskommen, ist das Problem. Ja, eben. Oh! Würmer. Oder ein Wurm. Bei mir. Aber er kommt glaub ich zu... Nein, er kommt zu mir. Boah, leck mich. Großes Biom. Hast du diese Fledermäuse? Blöder Wurm. Ey, der Hintergrund verändert sich hier ja laufend. Ja. Wenn du halt von einem Video um ins nächste kommst. Vielleicht von den Höhen dann halt auch noch. Jeder Mäuse macht mal richtig übertrieben viel Schaden. Aber wir haben ja nur 20 Leben. Aua. Boah. So viel zu so ein großer grauer ist nicht so das Problem. Ja. Okay, ich würde dann sagen, ich warte mal hier auf dich. Weil ich muss mich sowieso heilen, weil ich sonst gleich drauf gehe. Wow, das Problem habe ich auch gerade. Oh, ey. Ich treffe aber auch nicht. Ich muss diesen äh... Uhuhuhuhu. Wie heißen die blöden Dinge? Die Beatles musst du ausweichen. Ich muss ja einige im Krall ausweichen. Ich schaffst das. Oh mein Gott. Holy shit. Holy fuck. Holy fuck. Holy fuck. Holy fuck. Ganze 20 Leben, ey. Von meinen 120. Oh. Das war knappi. Warum haben wir eigentlich so viele Fledermäuse hier in unseren Höhlen? Das nervt mich kräftig. Ja. Das nervt mich auch, ehrlich gesagt. Wir sind ja wenigstens safe vor dem grauen Schleim. Ja, ich habe gerade den großen zerlegt, aber danach ist irgendwie... Ja, die kleinen sind richtig gemein. Ja, die sind nervig viele vor allen Dingen. Ja. Wie viele sind bei dir rausgekommen? Zwei. Aber trotzdem, wenn man nur noch zehn Leben hat oder sowas, dann ist das nervig viele. Sehr gut. Leben bekommen. Wollte ich mal nach links gucken gehen kurz. Wenn wir erstmal Spiegel haben, dann denke ich wird es auch leichter. Ja, wenn wir welche kriegen, dann wäre das schon sehr cool, ja. Aber dann wäre es viel einfacher mit einer Gefahrensituation einfach nach oben porten. Ja. Ja, es gibt natürlich... Ja, du kannst einfach leften und dann wieder reingehen und dann müsste auch oben. Aber das ist halt mehr... Ja. Mehr Cheaten. Da auch nicht. So, das ist jetzt das Blöde. Jetzt komme ich hin. Aus wegen dem Schleim. Ja. Oh. Ja sicher. Ganz klar. Ganz klar. Ganz klar. Okay. Ja, danke. Ich bin wirklich nützlich. Den Schleim habe ich jetzt jedenfalls eingesperrt und das müsste ich es schaffen, komm, ein Versuch, one try, yeah! Ich brauche mehr Erinnerung. Das war jetzt keine Absicht. Irgendwie hat sich einer Bombe angehört. Wo? Ich wollte eigentlich nur oben in meine Leiste reinziehen. Echt mal geworfen, ja. Schon wieder. Das ist Bullshit. Ich habe den Drill jetzt raus. Ich habe ja eine riesige Höhle übrigens, wo ich jetzt bin. Da drüben links von mir ist so eine Pilzhöhle. Ja, in der war ich gerade drin. Hier oben? Ne, unten. So. Oh, go! Go, go Power Rangers! Oh ja. Oh ja. Ja. Ja, ich jeden Tag Power Rangers angucken muss. Ah, du bist wieder da. Ja. Ich habe es geschafft. Der war ein bisschen... Oh, da ist aber ganz schön viel Gold. Stimmt. Ich bin mir gar nicht aufgefallen, dass der Gold rumschwirrt. Ähm, ja. Durchbuddeln würde ich sagen, wa? Ja. So, die Zombies sind gar nicht so gefährlich, sondern eher die Fledermäuse, weil die machen echt viel Damage, wenn die gerade zu dritt oder zu viert sind. Hey, immer wieder Wasser. Oh, was ganz Neues. Über uns ist wieder Tin. Ja, stimmt. Ey, ey, die Fledermäuse... Können wir uns mal ein bisschen nach oben buddeln? Das wäre super. Ja, das wäre echt super. Wenn wir nicht so im Wasser hängen bleiben. Ja. Oh, warte. Ja. Oh, Wurm. Oh, ja. Moment. Komm zurück. Geh doch. Wow. Und nochmal. Komm. Erstmal nochmal 23 Schaden holen. Musste sein, ja. Danke. Ab hier wird die Musik creepy. Ah, guck mal. Unter uns ist ne Goldtruhe. Ja, ich merk's. Ja, du wirst schon an der Goldtruhe dran, okay. Federsturzdrank, Schuhspikes. Ne Grandfather Clock. Sehr gut. What? So, warte mal. Ich will den jetzt nicht saufen. Was? Wie werfe ich dir was zu? Wenn du den nimmst und rechtsklick machst. Rechtsklick. Ja. Featherfall Potion. Ja, du fällst halt langsamer. Du hast dann wie so... Erst hättest du dauerhaft hier das Ding. Ja. Felsen. Silbern war auch noch keins, oder? Ne. Da ist wieder was von dem roten Zeug. Ich hab keine Ahnung, was man dafür braucht dann, um das... Sozusagen... Da unten ist noch so ein Teil, weißt du das? Noch so ein Haus war da unten. Oh, Tatsache. Ich geh da mal hin, ne? Ich nehme den längeren Weg, okay. Dann bist du vor mir da. Ja, unbedingt. Du musst mich erst mal den Weg freigraben. Ja gut, aber ich komm an der gleichen Stelle raus. Dator nehme ich auf jeden Fall mal mit. Mach nochmal die Schuhspikes. Kannst ja mir geben, wenn du das doppelt hast. Ja, ich hab dir eins schon zugeworfen. Oh, was? Ja, oben schon. Schuhspikes, sagst du? Also, so heißen sie bei mir. Dart Drop. Silt Blocks. Grandfather Club. Ah, hier, Schuhspikes. Ja. Ah genau, Slide Down Wars. Das ist sehr cool. Danke. Hab ich gar nicht gesehen. Das kann man mit den Krallen kombinieren, ne? Dann kannst du irgendwie richtig klettern, glaub ich. Ich hab ja Amethisten übrigens. Oh, cool. Dann, wenn wir 15 von den Armen können wir uns so einen Amethyst-Hook machen. Jo. Ich weiß. Hast du übrigens zwei Heiltränke jetzt, gell? Ich wollt grad sagen, ja. Irgendwie hab ich grad normale Heiltränke bekommen. Jo. Äh, du hast ja jede Menge. Wo? Genau die. Alter Junge. Das find ich jetzt überhaupt nicht lustig. Doch. Erstmal. Alter. Ja. So. Schön zerknatscht. So. Hochkommen sollten erstmal wieder. So, komm. Ein sauter springendes Wasser. Oh, das ist ne Falle übrigens wieder ausgelöst worden. Da hat ihren Zweck ja schön erfüllt. Da oben ist wieder so ein irgendwie Topaz oder sowas. Rope. Wow. Das war knapp. Hm. Gray Pressure Plate. Oh, die ist wieder jede Menge Eisen. Sehr gut. War ein Topaz, ja. Oh, ich hab noch ein Herz gefunden. Cool. Live Crystal. Wurde schon zehn Amethysten. Ist aber viel. Wollen wir uns da nach unten? Ah, da war ich. Ist der gestorben oder was? So, ja. Äh, hab ich voll nicht vernachlässigt oder so. Ja. Wurde. 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 Ist jetzt nicht so günstig, dass man alles so... Wurde. 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 Schaffst du schon. Schaden die machen. Ich glaub an dich. Ich hab es geschafft. Wurde. 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 Oh, ich hab Glousticks bekommen. War hier kein Erz. Nö. Ne, weil ich da gerade so was funkeln sehen hab, deswegen... Oh, ich hab irgendwo... Ich hab zu viel Zeug im Inventar. Ich auch. Ich hab Glousticks bekommen. Ich hab Glousticks bekommen. So, da geht es theoretisch ja noch weiter. Ja. Moment mal. Ich hatte doch. Ich habe es nicht vorher schon mal gemacht. Ach, das soll es. Was mir gerade auffällt, Terrarium-Fenstermodus, da steht bei mir, das Gras auf dieser Seite ist grüner.